Neunmal habe ich gewascht gekriegt. Es war ein neues Wackelkrieg. Wir gucken uns gemeinsam den Wackelkrieg shoppern los. Deshalb liebe Leute, wir haben die Sachen immer noch drin. Verschwinden morgen. Dann haben wir diese Jackierung. Dann haben wir noch diese Ammonierte Jackierung. Dann haben wir diese auch gehalten. Dann haben wir diese, wenn wir Spiek einsetzen, genau. Das halt. Dann haben wir diese auch gehalten. Dann haben wir diese Jackierung. Diese sind geil. Dann haben wir noch die ganzen Spider-Man Sachen. Wir haben noch 14 Karten. Dann haben wir das Paket noch. Dann haben wir noch diese ganzen Sachen hier. Dann haben wir noch die ganzen Halloween Sachen. Und dann haben wir auch diese Sachen halt. Weil sie noch 43 Karten und 21 Stunden noch bei allem. Ja liebe Leute, das wäre es mit dem Wackelkrieg shop gewesen. Haut rein auf Schauschau, liebe Freunde. Dann bin ich da magicat ministri. Dann bin ich da müde. Ich bin da müde. Dann bin ich da müde. Dann bin ich da müde. Vielen Dank.